Herzlich willkommen zur nächsten Dokumentation von Enes Corsi Castle. Dies ist die zweite Location, die wir in unserer irischen Untersuchungswoche angefahren haben. Enes Corsi Castle in der gleichnamigen Stadt Enes Corsi liegt in der Grafschaft Waxford. Es ist überliefert, dass in den 1190er Jahren die Burg zum ersten Mal aus Stein errichtet wurde. Als eines der prägnantesten Ereignisse zählt wohl die Schlacht, die in Enes Corsi gewütet hat, und zwar 1370. Art McMurrick-Kavenack hat die Stadt angegriffen und dabei ebenso das Schloss Enes Corsi Castle erobert. Die Location selbst war eine Location mit sehr vielen Herausforderungen, dadurch dass sie mitten in der Stadt Enes Corsi lag. Wir hatten sehr sehr viel Straßen leer und das Kessel selbst ist nicht allzu groß gewesen. Demzufolge kamen durch einige offene Fenster, die wir nicht verschließen konnten, einige Geräusche von außen nach innen durch. Dadurch, dass diese Außengeräusche allerdings sehr prägnant waren, konnten wir sie ganz gut filtern und ich für meinen Teil kann sagen, dass wir höchstwahrscheinlich die gröbsten Einflüsse ausgefiltert haben. Trotz aller widriger Umstände war es dennoch eine sehr sehr interessante PU, die wir in dieser Nacht durchgeführt haben. Allerdings möchte ich nicht zu viel erzählen, es sei noch erwähnt, dass wir auch hier wieder mit Maike Benson und Paranormal Waxford zusammen agiert haben, durch die diese Location erst für uns zugänglich gemacht wurde. Nun ohne große Umschweife sage ich viel Spaß und viel Vergnügen bei der Dokumentation Enes Corsi Castle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was überinnen, der macht das gar nicht? Okay, so deutschisch. Someone said go away. Male or female? Male. I may start. I am Sonia. Hi, my name is Anja. Hi, I am Chris. Hi, my name is Eric. We feel very honored and blessed to be guests at your place. And we would like to invite you to just join us. Um. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Periskop dahinten ist an. Ja, gut. Would you like to come into this room, please, where we are sitting? So, just follow our voices, please. Ich hatte mich ein bisschen bewegt auf dem Sofa eben. Ich hätte gedacht, es kam von da hinten. Ich meine aber auch, dass es eher aus dieser Richtung kam. Und es kam ein bisschen auf das Feste. Wir würden gerne gerne Sie uns in diesem Raum wir in. Please feel free to come to us. Wir würden gerne Sie mit Ihnen kommunizieren. Wir fühlen uns sehr herzlich. Wenn Sie nur unsere kleine Gruppe einladen. Gläserklären? Ich glaube, das sind die Türfen. Ich sehe Licht. Kommt das von da hinten, von den Fenstern? Oh, das ist von... Sie dachte... Da ist immer so ein kurzes Licht hinter Erik direkt. Leine, ne? Ja. Das bewegt mich. Das muss doch mal ein Gerät sein. Periscope wird gelb. Meins ja gelb? Mhm. Ach, grün. Kommt zu uns. Weg. Are you in this room now? If so, would you please be so kind to like maybe knock like this one time? Ja. 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 Hast du auch gerade eine Störung am Laser Grid gesehen im Türraum? Ja. Danke. Danke. I'd like to say thank you for joining us. Please feel free to step closer. Und kurz Anmerkung, Statut des Levels gerade sehr hoch. Mhm. Auf Korreischen. Ja. 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 sicher物. Ja. Ja. . Und dann können wir uns vielleicht zeigen, dass du hier bist, hier bei meiner Seite. Oder du bist auf der Bedeutung. Vielleicht bist du auf der Bedeutung und bist für dich komfortabel. Ganz kalt vorne von mir. Und wo mein Gesicht ist, ist eiskalt. Und dann können wir sehen, wo du bist. So, ich zeige dir, wie es geht. Du hast deine Hand. Und du hast diese Antenne hier. Es ist nur für die Grund, dass wir dich sehen, wo du bist. Du kannst uns deine Geschichte erzählen. Das war's gut. Guten Abend. Danke, dass du kommst. Are you still sitting on the bed? Are you male? What do you want to know? Do you see Enniskorthy Castle for a lovely place? A lovely place or a sad place? Thank you for coming. Are you coming alone? Why are you still standing here? Can I help you? Nothing. Knappen. Aber diesmal umkehrt. Rot, gelb, grün. Sonst normal ist immer rot, grün, gelb. Kommt wieder. Micha steht auf. Ich habe eine Frage für dich. Wir wissen nicht genau, ob du bist. Wenn du auf dem Bett bist. Kannst du jetzt direkt auf meine Gesichter, auf meine Beine, auf meine Beine, und zeigen uns, dass du wirklich hier bist? Is this your doll on the bed? It's a nice doll. An old one. Is this your doll on the bed? It's a nice doll. An old one. Ist das deine Puppe? Ist das deine Puppe, die da auf dem Bett liegt? Hast du mit der immer gespielt? Are you playing with this doll on the bed? Mach mal langsam mit den Fragen. Ich stehe mal ganz kurz drauf, ein bisschen. Okay. Ich habe oben auf der Bettkante am Fuß eine Kette mit einem Kreuz hingelegt. Könntest du die für uns einfach verschieben oder darunterwerfen? Das wäre für uns ein ganz klares Zeichen, dass wir nicht alleine hier sind. Auch da, oder? Ist das ein Fernseher? Ich glaube, das ist ein bisschen. Ah, das ist gut. Also diese statische Auflage. Ja. Könntest du kommen und direkt zu mir hier? Und touch meine Hand? Wenn du willst mit mir spielen? Es ist okay für mich. Das ist sehr gut. Und hier bei mir jetzt? Könntest du meine Hand? Oh, kalt. Okay. Es ist kalt bei meiner Hand. Was? Was? Ist das so, mit dem Schalt bei der Hand? Ich weiß nicht. Wenn du mein Fisch sitzt, auf meine Kette. Ja, ich weiß nicht. Du bist so, mit dem Schalt bei der Hand. Ja, ich weiß nicht. Was? Es ist so, mit dem Schalt bei der Hand hier. Was? Ja, ich habe eine Sprache, und vielleicht kannst du meinen Namen erzählen. Ich habe eine Sprache. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Is there maybe someone with us who knew this place we're in? I'm deliberately not saying any names, I hope that's okay with you guys, I'm not using names for them like I normally might. How would you feel about using the French box here? Sure. I would like. I have one here. Okay. Try it. For sure. I'm sorry about the noise. So the people that I've spoken to here before, I'm familiar with your names, but what I would like you to do is perhaps say your name for the people that have joined me tonight so that they can get to know you as well. So can I ask if there is someone with us, please state your name. I'm not going to say anything if I hear, I never recognize, it's only if you hear it. Perhaps it might be easier if I ask for you to confirm your awareness of us by telling me how many people there are that we can see, that we can see in this circle in here. So how many people that we can see are in here? Can I ask how many are outside of this space, near the steps? Can you perhaps please repeat my name? Can you please? So that is all about to think? Okay, let's give a moment. Let's see. Let's see. Let's go. Beim Park ist man ein sehr hoher elektromagnetischer Wert, wird mir auch angezeigt. Der liegt bei 129 U-Tesla. Das ist ziemlich intensiv. Ich denke aber, das liegt an der Antenne dahinter, aber das müsste er wahrscheinlich auch, weil er einen sehr freien Sensor hat. Jetzt weiß ich ungefähr, okay, da bleibt der letzte Wert bei 129. Ist zwar hoch, aber wenn er sich jetzt noch mehr verändert, dann kann man auch sagen, okay, dann verändere ich sich trotzdem noch etwas in dem Bereich hier. So, dann starte ich mal. Das ist auch ein Fassungsstück, alles klar. Dann weiß man jetzt aber ungefähr, wie das hier in dem Raum, wie die Gebenheiten hier in dem Raum bei dem Park, wo das Licht aussieht. Jetzt kann man die Veränderungen erkennen, falls wir hier kommen. Jetzt hat man so seine Baseline, seine Basel-Level-Anzeige. Mit dem Raum, das geht nicht. Und wir haben das hier im Raum. Dann noch die Zeit, wenn wir die浴 hier im Raum zu am危ativas. I am the child who is sitting on the bed, who is playing with the doll. Can you show me the way where we must go to in this castle? What is important for you? You can come to me and maybe we can play or you can tell me awesome stories or I show you magic tricks. Very good. Can you follow my voice, please? Hard. 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 Please follow my voice. Follow my voice. Just awesome stories. I have shown you magic tricks. Very good. Can you follow my voice, please? Hard. Please follow my voice. Follow my voice. just my voice and tell me a story a funny story or show me a little game we can play please come here and follow my voice just my voice nothing else I listen to you I take the time please follow my voice nothing else matters follow just my voice right straight to my voice that's very good come here to me that's perfect I'm here I think you are too far ok maybe it's too hard for you I'm sitting here in the corner ok can you follow my voice are you the same people connecting on the bed in the room with the bed and the door can you follow my voice can you follow my voice? can you come here to me? I have a little pen here we can draw something I like that draw pictures maybe so here's my pen so here's my pen I have a paper here it's a paper and maybe you want to draw something with me a dog or elephant or a heart or clouds or clouds or the sun or the sun oh my hand is cold can you come and follow my voice? it was awesome please come back and go to Parsi do you see him like an Irish man? a funny Irish man? do you want to play with him? you must only come back we can play with you I'm a really funny man I love play high and seek I love dogs and cats and all kind of animals and I think you are here yeah? yes can you come here to me? I have my pen here my piece of paper that was awesome come let us have an awesome time and play something okay? or are you playing high and seek? are you on the corner right here next to me? should I take a look? huh? are you there? maybe? huh? 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 are you scared? no? you're not scared okay? don't be scared of me you are standing right here in the corner I knew that you are standing right here in the corner I knew that okay I'll tell you a funny story of my old dog he said he died but he was an old one okay? are you still there? can I help you? do you want to talk with me? do you stand in front of me? I think you are still there you are still there my hand is cold you are not the same person as you before I think you can still be there and you can still be there Das war's. Ich würde mich nicht sagen, aber ich würde sagen, dass Sie uns dein Name sagen würden. Das ist es, 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 Jim, your name is Jim, is that right? Thank you. Thank you so much. Very honored that you're here with us. Jim, have you been a prisoner in here? Yep. Don't ask about it. May I please again talk to the person whose name is Jim? Jim, have you been a prisoner in here? Okay. Nice trip. Guys. Yep. You. Two. ... ... Jun, kannst du uns sehen? So, wie kannst du uns sehen? Ich habe das schon gehört, die deutsche Worten Hallo. Ja. Hallo, wie bist du? Hallo, wer bist du? Ich habe das schon gehört, drei Mal in der Frage. Ich habe das schon gehört, aber ich habe gehört, sagen Hallo. Okay. Ich sage das nur, weil du schon gesagt hast, das Hallo. Hat jemand anderes gesagt Hallo? Hallo. Hi. Hallo. Schön, dass dich dich Alone findet. Was ist dein Name, perlust du? Was ist dein Name? 嘘 Mein Name ist Sonja. Was ist dein Name, bitte? Ja, du kannst es spielen, wenn du möchtest. Es macht lustige Lichter und Geräusche. Da war ein Riesenop. Just try it again. Feel free to play with it. Don't be afraid. What is your name? So let us introduce ourselves. My name is Anja. Don't you want to try it again? We'd be happy. Don't be afraid. 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 So is there maybe anybody else who would like to join us? We would unkindly ask you to just come in. We don't want to be unkind but we cannot see you nor can we hear you. So maybe you can help us by approaching the device on the floor. You could also knock or bang. You could move something. We were also told that people heard footsteps. Can you repeat this? Can you repeat this? Yeah. Sonja, if there is something, then you see it. Yeah. Yeah. I don't see what you said. Anybody who is with us in this moment would just join us in this room. Do you mind telling us your name? So here we go. Henry. Henry. Henry, are you with us? Henry, are you a member of the Prendergast family? Henry. Is there something you might want to tell us? Yes. We are. You are what? Wir sind wirklich kalt, wirklich wirklich kalt. Ich habe hier so eine kalte Wand vor mir. Please try it again, you wanted to say something. Okay, we are... What was your cause of death? Thomas, I'm here. Thomas, welcome. Thank you for joining us. Did you live in this castle? Is it you bringing this coldness along? Was denken die anderen beiden? Und wieder? Über jetzt. Later? Later. What time? Can you please just be more accurate? What do you mean by later? Do you want us to come back later? Do you want us to come back later? I ask... Floors? Right here? So you are right here in this room. Are you with us in this room? Good job. Well, thank you in case you're talking about us. I would be very very honored if you would just like answer the one or the other question. Okay, there was a baby lachen gerade drin. Baby lachen. Is there a baby? Is there a baby here? Baby lachen. Baby lachen. Baby lachen. Wie bist du? Bois? Also außer, dass es sehr kalt ist? Nicht. Ich weiß nicht, was ist mit Erre? Erre? Es geht vielleicht schon. Lüchte. Gut, die anderen sind auch fertig. Also wie gesagt, ich habe hier kaum Radio, eigentlich fast gar kein Radio. Da sind schon ein paar Sachen drin, auch ziemlich prägnant, aber ich verstehe es manchmal einfach nicht. Es gibt Dinge, das ist relativ klar und dann gibt es bei denen, wo ich denke, jetzt war es durch, aber ich verstehe es nicht. Deswegen, das mal aufzuzeichnen, wäre echt... Ich bin auf, Frau. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist ein Klamm, so was wird es von draußen kommen. Nee, irgendwas hier drin. Wir sind hier drin. Wir sind hier drin. Wir sind hier drin. Es ist ein Klamm im Pfeifen. Ja, da irgendwie mich jetzt an der Funkgerät erinnert. Oder so was. Die Knallton. Wir sind ein paar Leute hier in der Staircase. Und ich denke, wir sollten uns zu denjenigen, die in dieser beautifulen Kastel leben. So, mein Name ist Pascal. Mein Name ist Jelina. Mein Name ist Michael. Mein Name ist Chris. Mein Name ist Kipps. Mein Name ist Michael. Mein Name ist Sonya. Und mein Name ist Anna. Mein Name ist Erik. So, maybe the ones that live here in this building can tell us their names or your names. Und die Session hier auf der anderen. Ja. Und dann jetzt was. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.